Hallo Freunde, habt ihr mich erkannt? Ich bin Spara! Ich weiß, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen und deswegen will ich mit euch heute ein Abenteuer erleben. So Freunde, es ist schon dunkel und ich bin ganz allein im Wald. Und ich habe das Gefühl, dass irgendetwas mich die ganze Zeit verfolgt. Aber das glaube ich nicht. Das habe ich mir nur eingebildet. Ich kann mein Glück heute Abend nicht fassen. Frisches Blut vor mir. Ach du bist es, Luna! Ich wusste das! Du bist mir die ganze Zeit gefolgt! Ach, Vara! Ich wusste doch schon von Anfang an von deinem lächerlichen Abenteuer! Und ich wollte dir dabei nur ein bisschen Angst und Schreck einjagen! Ach, Luna! Hör doch endlich auf mit dieser lächerlichen Stimme! Ach so, meine Freunde! Ich vergaß euch, Luna vorzustellen! Luna ist auch meine Freundin, aber nur in meiner digitalen Welt. So Freunde, das war's auch schon mit unserer ersten Abenteuer-Geschichte. Ja, tschüss Kinder! Bis zum nächsten Mal! Eure Luna! Bis zum nächsten Mal! Ciao! Tschüss! 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 Tschüss!